Link hat ein Rüssel im Gesicht. Und Junovo, weißt du, er ist ein Nachfahre von diesem Darok. Oh je, oh je, oh je. Da liegt es wohl auch, dass ein kleines Kerchen wie Junovo sogar Daroks Schirm einsetzen kann, den ich natürlich bestimmt bekomme, wenn ich den Titaten fertig gemacht habe. Dadurch wird er unkaputtbar. Und dann schießen wir auf Rudania, um den Titaten zu vertreiben. Normale Kanonenkugeln machen dem nämlich nichts aus, weißt du. So, genug der Vorrede. Zeit, Rudania, den Marsch zu blasen. Nimm lieber noch ein paar Schmerzmittel, Alter. Alles in Ordnung? Ob alles in Ordnung ist, ich will ja wissen, gar nichts ist in Ordnung. Seht mal doch! Heute gehe ich wohl nirgendwo mehr hin. Ich will ja keine Umstände machen, aber könntest du Junovo ausrichten, dass ich heute absagen muss? Och, wir retten die Welt morgen, versprochen, ja. Er sollte auf der Brücke von Elden sein. Auf der Brücke von Elden? Och, die Stimme kippt. Haha. Nals. Apropos. Ähm. Hallo, Göttin. So rette ich übrigens die Welt mit einer Maske. Oh, komm. Ich will Herzen. Was anderes brauche ich nicht mehr. So, aber ich ziehe diesen lächerlichen Helm doch mal aus. Wo ist denn die Brücke von Elden? Ernsthaft? Okay, rollen wir uns dahin. Ehm, Moment mal. Ähm. Hier, weg damit. Ich hab Platz in der Macht, Alterchen. Krieg ich jetzt meine Belohnung? Yes, als Belohnung. Ja, ja. Deine Tasche ist falsch. Ich hab ne Waffe weggeschmissen. Ähm. Nur zum Austesten, was er mir gibt. Was gibst du mir denn? Geh ich dein Ernst? Ach komm, das ist so schwach, dass ich das mal nehme. Welche Tasche ist voll? Willst du mich verarschen? Welche? Ich hab doch alles... Was will er mir geben? Also Schild hat ich vorhin weggelegt und so weiter. Was will er mir geben? Ich hab keinen Plan. Der leck mich, Alter. Der leck mich, Alter. Ich geh da raus. Hehehe. Ich hab jetzt alles weggemacht und der meckert immer noch voll rum. Anstatt mir zu sagen, ja... Julianer brauchen Essen. Ich glaub Grund nicht. Deswegen dachte ich, er gibt mir jetzt was zu essen. Anscheinend auch nicht. Zutaten, Beutel, geht nicht voll. Und alles andere hatte ich doch schon weg. Ah, komm, nimm ich den Weg. Abkürzung! Abkürzung! Alter! Ich klau dem Alten gleich die Schmerzmittel und sag, gib mir das Zeug, was du mir geben willst. Ich glaube, dem gefällt's nicht so, dass ich auf Wind ziele. Heute gibt's geschockten Grillhuhn. Womit fängt man heutzutage Hühner mit Elektroschocker? Was sind das? Ach so, ein rotes Lämpchen. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich bin hier falsch, Begabee! Was? Oh, nein! Oh, ich bin hier falsch! Ja, genau, der Alte weiß nicht, was er mir geben will. Ich hab da was. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich hab da was. Das Einzige, was der Alte hat, was ich aber nicht haben will, sind Rückenschmerzen. Ah. Ich hab das Gefühl, dass der Blutmond bald wieder da ist. Aber es scheint nur so heiß zu sein hier. Die grillte Taube! Ah. Ich brauch was zu essen. Peter wird mir dann... ...beschwärt sich nachher. Ich kann hier leider keine normalen Pfeile gegen ihn verwenden. Weil die nämlich zu Feuer fallen werden. Dann hab ich gegrilltes Hühnchen und ich will kein gegrilltes... Was bist du denn? Hörst du mal auf, Tic-Tac-Zulaufen? Oh. Furchtbar, diese Hühner. Bin ich überhaupt richtig? Irgendwie schon, aber dann auch wieder nicht. Ähm. Der Teich halt. Sind ja nur... Joa. Äh. Ich glaube, da, wo dieses Feuer-Dings ist, muss ich hier, ne? Ich glaube, mehr als diese zwei Ausdauer-Balken braucht man in dem Spiel echt nicht. Das ist mehr als genug, um überall hinzukommen. Oh, cool! Oh, cool! Ähm. Boom. Oh, Schätze, Schätze! Was ich für Pokémon noch begegnet bin? Keine Ahnung, als was man diese Truthin hier bezeichnen kann. Oh geil. Schatz, 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 Schatz. So viel Geschäzung. Waffe wechseln? Schnell. Ich habe ja diesen Hammer, damit ich es jetzt auch machen können. Egal. Ich bin reich. Ich habe übrigens eine Fee gefunden, die 10.000 Rubine von mir haben will, damit sie meine Rüstung stärkt. Ich habe dankend erstmal abgelehnt. Oh, die werden immer unverschämter. Die erste, die wollte noch... Wie viele Rubine wollte ich die erste Nummer haben? Äh, 10 Rubine? Die zweite sagte so 50. Die dritte dann noch 100. Das war ja alles noch schön im Rahmen. Und dann kommt die vierte mit 10.000. Was... was... was soll das? So... Bin gleich da. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich einen Orientierungssinn habe wie Loren und Zorro? Das ist sogar schlimmer. So... So... Ich bin da. Aber eher nicht. Ähm... Ah... Nein! Äh... Äh... Das sieht nicht gut aus, was ich da mache. Hilfe! Hilfe! Ach, komm! Ähm... Au! Strittst du mich? Hier! Euch ist doch bestimmt zu heiß! Boah! Was ist das denn für... Das Ding habe ich auch noch nie gesehen! Ist der gerade gerutscht? Scheiße! Die Items! Habe ich total vergessen! Stab habe ich noch nie gesehen! Ja, das sind übrigens gierige Feen! Ja! Du bist stark! Du hast mich gerettet! Oh... Bevor die wir wieder verkokeln... So... Waffe fotografieren! Was? Ein Erzbohrer! Was kann der... ... Was bist du? Oh, nett! Können wir? Darf ich dich da rein... ...äh... ...reinrollen und in die Luft jagen? Viel Spaß! Danke, du hast mich gerettet! Ohne deine Hilfe hätte ich alt ausgesehen! Ach, wo bleibt denn der Chef? Er kann heute nicht! Was? Er kann nicht? Warum das denn? Rückenschmerzen! Die Medizin, die ich hierhin besorgt hatte, hat nichts gebracht! Tja, ohne den Chef kommen wir hier nicht weiter! Gehen wir erstmal zurück! Okay! Ganon vernichtet die Welt! Man kann auch mehr als nur Gegner einfrieren! Man kann sie... ...verbrennen lassen oder so! Also man kann mit Feuerwaffen gegen die anderen kämpfen! Das ist schon geil! Man kann sie sogar schocken, dass sie ihre Waffe fallen lassen! Das machen sie mit mir auch! Also warum kann ich das nicht auch mal gegen sie verwenden? Na, warte mal kurz! Du willst hier bleiben? Wozu denn? Ich will in den Titan! Was? Du willst in den Titan eindringen? Hältst du dich für den großen Daruk? Das ist gefährlich! Hm... Wenn man ihn vorher schwächt, wäre es vielleicht möglich! Warum... Warum sollte man das wollen?! Ähm... Welt retten uns so! Ich weiß zwar nicht, worum es hier geht, aber du willst schon deine Gründe haben! Ähm... Es gibt da nur ein Problem! Der Chef hat die Brücke von Eldin... Die sieht übrigens total anders aus als damals in Twilight Princess! Twilight Princess sah die Brücke von Eldin noch, äh... Äh... Da war die nicht beim Todes mehr! Hat die Brücke von Eldin hochgezogen, damit der Titan nicht zu uns kommt! Tick on Titan, yeah! Um zu Budania zu gelangen, müssen wir also erst irgendwie die Brücke wieder runterlassen! Sonst verwendet der Chef immer die Kanone, um das zu tun! Dann machen wir das auch! So! Sondern der Chef nicht kommen kann, bekommen wir die Brücke also nicht runter! Äh... Du hast doch die Kanone vom Chef schon einmal erfolgreich eingesetzt, oder? Ja, so könnte es klappen! Wir machen das so! Wie der Chef es immer macht! Nur, dass ich die Kanonenkugel bin! Und du mich abfeuerst! Habe ich nicht vorhin noch gesagt?! Ich schieße dich dahin?! Okay! Erst bei Resident Evil 7 sag ich immer die ganze Zeit, die Oma ist der Endgegner, dann ist es auf einmal! Und jetzt sowas! Ich kann voraussagen! Na, kein Problem! Ich habe ja von meinem Vorfahren Daruchs Schirm geherbt! Sowas will ich auch mal erben, ey! Das ist gar nicht mal so schlecht! Egal wie heftig ich irgendwo gegenknalle, damit tut mir gar nichts weh! Mein Vorfahren Daruk war ein ganz toller Krieger! Und du nicht! Zumindest erzählt der Chef das immer! Und genau wie er kann ich Daruchs Schirm einsetzen! Du brauchst dich einfach nur auf die Kanone zu stellen und damit auf die Brücke von Elden zu schießen! Aber bitte schieß trotzdem so sanft wie möglich! Hehehehe! Sanft! Nett dich gekannt zu haben! Abschussbereit! 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 Die Brücke hat sich aber in den 10.000 Jahren wirklich sehr verändert! Jippie! Das tut überhaupt nicht weh, ne? Sieht nur Sternchen! Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann gelingt es auch! Daruchs Schirm ist eine Worte, oder? Nur gut! Davon ist doch einmal mein Typ gefragt! Komm! Wir überqueren die Brücke! Okay! Das kann ja lustig werden! Ähm... Komm, Junobo! Auf geht's! Ähm... Wahr du, Daniel! Ich bin mal gespannt, ob der auch genauso leicht ist wie der, den ich vorhin gemacht habe. Ähm... Was? Ähm... Bitte was? Was? Ey, das gilt nicht! Das ist Cheaten! Loll! Okay! Oh weh, oh weh! Diese Drohnen sind gemeingefährlich! Wenn die uns entdecken mit Rodania! Wild! Dann lässt er den Todesberg ausbrechen und ich... Sie entdecken sich jedes Mal so vor! Ich hätte ein paar Mal schon um einen Haar Lava-Brocken abgekriegt! Der Chef steckt diese Brocken einfach weg und stampft weiter! Aber wenn du getroffen wirst, war's das mit dir! Ich will nichts falsch machen! Also gib mir am besten ein Zeichen, dann... Äh, einfach ein Zeichen, wann ich anhalten oder weitergehen soll! Ach nein! Einigen wir... Einigen wir uns auf ein Zeichen! Hast du irgendeine gute Idee? Telepathie! Was?! Telepathie?! Könnt ihr Juliana etwa Telepathie verwendet?! Los! Dann sag mal was! Das ist doch immer nichts! Achso! Bei mir kommt nichts an! Einigen wir uns auf ein Zeichen! Hast du irgendeine gute Idee? Sorry, das war zu verlockend! Zu verlockend! Ha, 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 ha! Augen zu in dir! Du? Du willst mir zuziehen, kann?! Das seh ich doch gar nicht! Wenn ich nicht direkt neben dir stehe! Fällt dir nichts Besseres ein! Einigen wir uns auf ein Zeichen! Hast du irgendeine gute Idee? Pfeifen! Pfeifen?! Ah, ich verstehe! Wenn ich dich also pfeifen höre, dann halte ich an oder laufe wieder los! Auch wenn ich mir dann ein wenig wie ein Pferd vorkomme! Ja, das ist auch die Art, wie ich mein Pferd immer hole! Gut, dann gib mir durch Pfeifen Zeichen, damit ich nicht von den Drohnen entdeckt werde! Ich verlasse mich auf dich! Das kann nicht gut ausgehen! Ich hasse sowas! Darf ich die Drohnen abschießen?! Danke! Danke!